Das ist mein erster Linie, Garden of Joy, okay. Das ist mein erster Linie. Das ist mein erster Linie. Das ist mein erster Linie. Das heißt, wir können uns gleich nochmal umschauen. Das ist mein erster Linie. Ich würde sagen, geht der nicht für die Rettung. Das ist mein erster Linie. Das ist mein erster Linie. Das ist mein erster Linie. Ja. Das ist mein erster Linie. Oh Gott. Äh, hallo? Jim? Oh, wow. Da hat mir Hitbox ein gutes Stippchen geschlagen. Das ist mein erster Linie. 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 Sieht nicht so aus, ne? Schau dir! Oh wow! Okay! Ja, es hat nicht das Marreste mögliche. Oh wow, er ist direkt hinter dem gelaufen, ne? Das war eigentlich smart. Damit hab ich nicht gerechnet. Dead Hard? Hast du gerade Dead Hard verwendet? Das Haus ist jetzt eben stark und ein bisschen cooler läufst, ne? Hm. Hab ich auch nicht gewonnen sehen. Hm... ... ... Die Fünke kamen wir für Hatsch. Ist ja viel Glück. Ich habe ein bisschen Zugrühm. Ich musste da hingehen, wenn ich hier meinen Lallaber hören musste. Aber wenn sie nicht schnell ist. Müsst ihr reichen. Oder? Sie können es doch schaffen, dass sie rauskommt. Na schon. Ich weiß auf jeden Fall nicht, Jason. Was die Fünke kamen. Ich weiß nicht, ob sie mich erwartet haben. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Kippen kamen. Ich weiß nicht, ob sie leished. Ich weiß nicht, ob sie es an dem Kippen kamen. ja es kommt hier noch raus außer es ist weggelaufen vom tor sie ist nicht weggelaufen vom Tor ist aber nicht geschnappt oh wow das Tor ist sogar offen das Tor ist sogar offen oh das tut weh das war gerade so am Edge das war wirklich genau an der Kante bis zum nächsten Mal